Hallo zusammen und willkommen zurück bei Red Dead Redemption. Wir sind hier wieder zurück bei Shady Bell, haben ja erfolgreich das Pokerturnier gesprengt, haben unser Geld dann weggeholt, abgehoben, wie auch immer und sind jetzt hier auf dem Weg zu Sadie Adler, die mit uns sprechen möchte. Was auch immer sie jetzt hier von uns will, da vorne sitzt sie schon und was macht sie? Macht ihr Messerchen sauber. Okay, muss man vorsichtig sein, nicht dass sie damit irgendwie zu piep ist. Oh, Lord, above. Ja, es scheint so. Ich denke, meine Zeit in Polite Society sind vorbei. Well, ich habe nur Bill Williamson gemacht, eine Party in der Sandinische Mayor's House. Wenn er das kann, jemanden kann. Will du einen Leeds bekommen? Ja, ich denke so. Du bist so, Arthur Morgan. Komm schon, wir müssen uns sprechen. Mrs. Adler, will du uns entschuldigen? When are you going to let me come robbing with you, Dutch? My Lord, if you're more like her, we could take over the whole world. If you're more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trally bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Well, you leave the planet into me. You'll ride with me. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make them change. Very funny. Wir hatten schon mal eine Option, ne? What the hell have they done to me? Look, they have a tree line. Everybody take it! Everybody take it! The boys are coming! Jack, help! Kriegen wir hin. So, vor der Tür. Okay. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Weg, 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 weg. Aus dem Weg. Geh ihn weg! Geh ihn weg, Frank! Komm mal, schnell! Ich werde niemanden zurück nach dem Weg bringen! Arthur! Wo sind denn welche? Warum zielt er nicht? Warum zielt er nicht? Ja, das ist halt so. Ja, jetzt mal bitte ganz ohne Schutz hier. Okay. Rein, 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 rein. Wir sind zurück. Was für Gott! Wir entkommen! Wir müssen uns auf dem Weg zurück. Wir müssen etwas vor der Tür. Wir brauchen etwas vor der Tür. Wir brauchen etwas vor der Tür. Geh die Tür! Geh die Tür, Barrett, langer! Jetzt alle, ich hab das. Geh die Tür schmerzen. Geh die Tür schnell, schnell. John, du geh die Tür da. Charles, du gehst die Tür. Du gehst die Tür. Arthur, du gehst die Tür in der Tür. Geh! Geh die Tür. Hier runter. Sag mal. Ja. Irgendwie hat das gerade nicht so mit dem Zielen hier. Schießt du? Alter, was ist das denn für eine Kacke? Oh, das ist so, wie du es machst. Auf der Seite. Ist es? Wie ist es dir? Ich habe es gerade gesagt. Das ist Frau Adler. Sie ist noch da. Beide mich. Okay. Ich habe mich eine der Frauen. Gehst du? Was soll denn der Scheiß? Wo ist die ganze Zeit? Ich habe mich. Was soll ich das? Ich habe mich. Ich habe dich. Sadie? 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 Oh, Mann. Oh, was ist das? Ja. Na. Fucko lecko. Was ein Dreck. We need you in the house, Mrs. Adler. Oh, no, they don't. This is what you came for. Oh, was muss die denn mir vor den Hacken rumlaufen? Was, 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 was? Oh, we need you. Oh, nee. Oh, nee. Oh, no, no. Oh. Das war ein richtiger Feuerkreis hier. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Como Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. Hättet ihr wenigstens vorher noch durchsuchen können, oder? He saved my life, and I could not save his. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love has done to her, I guess. Tja, oh, das war die Mission. Ich denke, wir schieben hier direkt noch eine Idee, ja? Ja gut, bleibt ja jetzt hier die, ja? Mit Dutch. Mal schauen, ob kurz hier irgendwo was zu... Futtern da ist. Er wieder nicht, das kann doch nicht machen. Arthur, I can't believe those pigs did that to him. The Cairn? He was such a gentle soul. Yeah, he saved my life one time. Don't miss him. You make the best pay, Arthur. Ja. If we get the chance, we surely shall. Lass mich doch in Frieden. Da schmeck ich hinterher. Lass mich doch in Frieden, aber ich werde alles gut sein. So. Was sind das hier? Pfefferminze, helft uns hier. Warte, Silvio, nicht. Ist ja alles nur Ferdefraß. Besser als nichts. So, dann. Auf zum Gaul. Kurz hier noch einmal striegeln. Genau. Und... Wieder an. Jetzt können sie losgehen. Attacke. Okay. Achso, das war von Posten das Pferd. Also ich bin jetzt so ein bisschen wundern, ich habe hier ganz wenig Wild nur noch gesehen. Eigentlich. Bräuchte Arthur mal wieder was ordentliches zu tun. Nee, tue ich nicht. Wir spielen das diesmal mal komplett ohne solche Sachen durch. Mal gucken, wie fern sich das ausseht. Ob es sich überhaupt ausseht. Das ist jetzt nicht so ganz das, was ich eigentlich jagen will. Und nun denn? Saint-Denis selber. Werden wir nichts finden. Zumindest nicht zu jagen. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Metzger oder sowas ist, bei dem wir was einkaufen können. Das werde ich mir in meine Ruhe nachher nochmal angucken. Das habe ich echt völlig vergessen, ob das hier so geht oder nicht. Ja, slow down. So. Gucken wir mal, wo Dutch ist. Irgendwo im Hinterhof hier. Hm. Ah, da ist er. Was? Was ist der Urgen? Wir müssen weg, vor allem. Wir haben gut gemacht, machen Geld. Aber für uns alle zu leben zusammen, wir brauchen genug für ein Boot. Ich habe einen Freund von Kappen am liebsten. Er ist bereit, uns in Australien zu gehen. Oder Tahiti. Wir brauchen nur ein paar Passage und ihm Geld für landen, wenn wir da sind. Keine Frage. Wir werden uns wiederholen. Wir werden wiederholen. Wo ist Tahiti? South Pacific. Ein Parade des Ungegnetens. Wer ist da? Tahitians, glaube ich. Wir haben ein bisschen Geld gemacht auf diesem Job der Riverboat, aber es ist nicht genug für uns, um zu leben und zu leben, woher die Rest kommt? In da. Also, wir werden das Ort robben. Ich glaube, ich glaube nicht, dass wir die Plummen fixieren. Ich weiß nicht, ob Sie sich verstanden haben, aber wir sind auf der Klocke. Ich denke, wir haben ein paar Tage vor dem Pinkerton Show, und dann sind wir fertig. Wir brauchen Geld. Bronte sagte, das Ort hat Geld. Komm schon! Ladies and Gentlemen, das ist eine Robberie. Behöver, wie ich euch erzähle. Niemand von euch wird sterben. Erinnere mich, und ihr werden alle. Jetzt erinnere mich. Ich will Geld. Ich will Geld. Don't make us kill you. Mr. M, lass diese feine Leute, sie sind wertvoll. Mr. S, check that room back there. Ich habe das hier. Dann geh mal her, was du so hast. Dann geh mal her, was du so hast. Los, los. Oh, das ist ja... Das ist ja nichts. Ich werde das hier. Ich werde das hier brauchen. Ich werde das hier brauchen. Okay, es ist dein. Es ist dein. Es ist nichts hier. Was? Es ist nichts wirklich hier. Los, 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 los. Mr. M, check the safe. Sure. Open it. Schön, bei der Seite gehen. Es ist fast nichts hier. Es sollte Stacks von Geld sein. Er hat uns gesagt, es war. Schau mal. Es gibt keine Stacks. Ein paar Dollar in Körn. Das ist es. Wir haben ein Problem. Es gibt viele Leute da draußen. An Pablo' Revolution. Das wer深 ist eine Scheine. Das ist ein Scheine. Das ist doch ein Scheine. Das ist eine gute Zeit für Sex. Das schreit性 für dich. Wir werden das ensemble machen. Wir werden es machen. Wir versuchen. Wir versuchen. Wir versuchen. Wir suchen uns. Wir fahren uns. Jetzt. Wir fahren! Wir fahren, im Tier 1. Wir haben es. Wir machen es. Wir machen uns. Das ist ein Schuss, wir haben eine andere Seite. Wir haben eine andere Seite auf der Seite. Ich habe die Seite auf der Seite. Wir haben jemanden, auch. Der Schuss muss in jeder Polizei in der Stadt kommen. Ein Schuss kommen auf der Seite. Archer, wir haben uns auf der Seite. Wir haben uns auf der Seite, jetzt Archer. Kommt! Kommt! Archer, kommt aus der Bank auf der Seite. Prümen! Und der noch. Weg mit dir. Wir sind's ja da. Wie auch immer das geht. Wir sind's ja da. Ja, wir sind's ja da. ok mein dad scheint auch nicht zu gehen wo sind die anderen beiden die sehe ich gar nicht ich bin ich bin ich bin laufen 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 du läufst du in den alter c'est bizarre on l'a reçu il est donc Nein, lauf. Ho, ho, ho. Ach, jetzt hat er die Beine. Revolver in der Hand. Besser. Schmeiß ich was ein. Oh, da ist noch einer. Ah, fuck. Oh, mein. Warum treppt er nicht? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Right? Watch out! How you doing there, boy? Ah! Oh, nein. Here we go. Stop, stop. 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 Dann kann ich mein Dead Eye nicht benutzen, ne? Scheiß Pistolen hat der, ey. Warum trefft der nicht? Ich bin der Mann. Sie werden es jetzt nicht holen. Geht's, den Wagen. Mein Name. Arthur, komm, wir sind auch auf. Wir sind auch auf. Wir sind auch auf. Das läuft ja echt gut hier. Mann. Jo, der kriegt voll einen in die Fresse und nix passiert. Oh, vorne. Woher? Nein, Mann. Oh, Mann. das ist toll jetzt bei uns aktiv ich glaube wir sind Das ist ein Riesengewinn. Das ist ein Riesengewinn. Wir haben das Recht auf uns. Was machen wir mit ihm? Was habe ich mit ihm gemacht? Ich glaube, er denkt, er ist der König hier. Er will nicht die Lachen von dir. Also, was machen wir weiter, Dutch? Wir brauchen Geld. Nein. Ja, und ich bleibe jetzt hier wieder hängen, oder was? So ein Quatsch. Ich dachte schon, das Pferd ist weg. Jo, mal auf. Und dann mal schauen, was jetzt hier noch so ansteht. Saint Denis. Ja, ist ja jetzt nur noch die eigene Mission. Fremde Personen. Und um die kümmern wir uns in einem nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Serviment. 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 Wer vor wenn schon etwa der Gegend Quatsch sind, Hund. Vielen Dank.